der bre ist auf jeden fall nicht angeschnallt der dicksten eier hat die dicksten eier gucken wie lange er mitfährt er hat dicke eier ich schwör er hat so dicke eier und nie so wie man dicke eier haben sehen meine freunde was geht ab ja ich stehe gerade in meinem zocker zorn mit dem ganz wilden bild ich feiere das bild anders doll und irgendwie in letzter zeit verfolgen mich einfach diese gesunden tiere hier zack komm raus hier kollege so kollege abfahrt abfahrt hallo auch junge wie krieg ich den denn da raus ja komm jetzt komm her komm her ich will nur deinen arsch retten junge verstehe das einfach nicht ich will einfach nur seinen arsch retten ich habe ihn und ihn sehen was wieder bruder alles wird bei dem bruder so ich hätte ihn jetzt der schild bis hier ne was schild zu so eine was geht ab bruder alles wird bei dem bruder was läuft bruder so meister ich wünsche ihnen schönen sonntag und ich lasse ich jetzt in freiheit willst du das willst du das will er das der kollege hat den weg wo er reingefunden hat auch wieder rausgefunden tschüssi willst du jemanden grüßen bruder so ist deine mutter korrekt sehr liebe wenn grüß meine mutter das bild ist richtig krass der das ist richtig will der beste leben jungs beste leben 5 3 sieg heute gut wenn er jetzt erst so ein entspanntes bier ist wilder rasenplatz jinder berg meine freunde ihr seht schon neuer haarkart is am start wie findet ihr fresh oder fresh findet ihr fresh oder fresh schatz wie findest du meinen haarschnitt nicht gut dann weg erst mal test ich weiß dass keiner zu hause ist aber jetzt test schatz du bist die beste haa schlimmste gefühle einfach aller schlimmste gefühl das ist das schlimmste aber muss muss weil nächste woche gibt es nämlich nach bonn zu den jungen sein ich freue mich auch noch mal drauf das glaubt ihr nicht ich freue mich was muss das muss alleine was muss das muss ne bruder wird sie mal in grüßen und ich hab 2 euro oder 7 euro hehehe ich hab mich gefickt das ist ja mein jungen wir sind gerade einen fetten mann auf dem Abend mit den jungen Grüß dich einmal mit den Jungen, gerade eins auf mit den Jungen. Unser lieber Hasan, unser sechster Verlehrmann grüßt. Grüß dich einmal. Bruder, ich grüße die ganze Community. Was, 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 was? Ich grüße die ganze Community. Heere Mann. Und immer Glocker aktivieren. Ganz Glocker aktivieren. Und kommen ihn vor als Rhythmus-Boll. Ganz Glocker. Das ist der Heere Mann. Das war vielleicht eine Minute, um meine Haftenspieler. Ich würde sagen, dass der Schuss hat Videos. Und dann machen wir den, wie heißt das? 40 Springs oder was? Aber noch ein.